Ich sehe, wir sind schon online. Voilà. Also, ihr, die jetzt schon zuhören, willkommen bei diesem Podcast. Wir reden heute über eine neue Arbeitswelt. Ich meine, hey, was gibt es genialeres, als über die Zukunft zu reden? Und dafür habe ich jemanden eingeladen, und das ist Patrick Mollet. Willkommen Patrick, du bist Inhaber von Great Place to Work und Experte für das Thema New Work, obwohl du es nicht gerne hörst. Das hast du mir gerade vorher so gesagt, ja? Darum sage ich, das sind Arbeitswelten, die wir gestalten in Zukunft. Es freut mich mega, das Thema mit dir zu besprechen heute. Und ich hoffe, jeder, der dazu hört, hat auch seinen Spass heute. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Und es ist wirklich ein Herzensthema New Work oder die Zukunft der Arbeit, wo gerade extrem viel passiert. Und von dem her rede ich auch sehr gerne darüber und freue mich auf das Gespräch mit dir. Okay, ich habe zu Beginn ein Zitat, und zwar von David Precht. Und du hast ihn auf deinem YouTube-Channel als Hauptvideo, so ein Talk mit Markus Lanz, und er hat dort etwas Spannendes gesagt. Und ich möchte gerne deine Meinung dazu hören, oder? Das Leben war noch nie für so viele Menschen gleichzeitig ein Wunschkonzert, wie das heute ist. Und das macht viel mit der Gesellschaft und wie Arbeit organisiert wird. Was meinst du dazu? Ja, also ich bin bei weitem nicht mit allem einverstanden, was Richard David Precht sagt, aber mit diesem Satz tatsächlich, ich glaube, es bringt es gut auf den Punkt, warum wir heute vielleicht auch ein bisschen den Luxus haben, uns überhaupt zu überlegen, wie wir arbeiten wollen. Oder irgendwie früher, so ein bisschen Selbstversorger, Bauern, da musst du schauen, dass du irgendwie genug Essen auf den Tisch bekommst. Nachher ist die Industrialisierung gekommen, es ist darum gegangen, eigentlich uns Wohlstand zu erschaffen, also die Generation von den Boomer, die noch so sehr stark den Arbeitsethos hat. Man muss viel arbeiten, man muss hart arbeiten, für uns irgendwie den Wohlstand von den Nachkriegsgenerationen aufzubauen. Und heute sind wir irgendwo an einem Zeitpunkt angelangt, wo sich viele Leute fragen, ja, wie viel ist eigentlich genug? Welchen Wohlstand wollen wir? Und ist jetzt mehr und härter schaffen wirklich immer die richtige Antwort? Oder gibt es vielleicht einfach auch noch andere Sachen, wo Menschen so wichtig sind im Leben? Also du meinst, dass die heutige Gesellschaft, und ich nehme das nicht einmal auf Generationen, das ändert ja Generationen übergreifend, wir sind ja nicht jetzt da, zum Generationen irgendwo in eine Schublade stecken. Hast du das Gefühl, dass man heute generell hinterfragt, ob der Luxus, den wir hatten oder haben, überhaupt noch nötig ist? Ja, würde ich definitiv so postulieren. Ich meine, mit dem ganzen Luxuswohlstand, das sind die positiven Aspekte, aber wir wissen natürlich auch, dass der ganze Wohlstand auch einen hohen Preis hat, sei es mit der Ausbeutung der Natur ganz konkret. Aber, seien wir ehrlich, einfach auch an der Ausbeutung von den Mitarbeitern. In den letzten Jahrzehnten ist einfach immer alles schneller geworden, es ist immer hektischer geworden, es ist mehr Druck im System. Ich meine, die ganzen neuen Technologien, sie super, sie vereinfachen eigentlich die Zusammenarbeit und arbeiten. Aber die Welt, und vor allem die Wirtschaftswelt, ist noch nie so schnell gewesen wie heute. Und die Frage ist einfach, profitieren wir irgendwann auch wirklich von den ganzen Technologien? Es gibt, da ist es Richard David Precht erwähnt, es gibt noch ein anderes Zitat, das ich auch sehr spannend finde, von John Maynard Keynes, Nobelpreisträger, Ökonom, der vor ziemlich genau 100 Jahren gesagt hat, hey, in 100 Jahren, also jetzt 2030, werden wir eigentlich nur noch etwa 15 Stunden pro Woche arbeiten, weil die Technologie so viel Fortschritte gemacht hat. Und seine Frage, oder seine Herausforderung, dann ist eigentlich gesagt, hey, was machen wir eigentlich mit unserer Lebenszeit, mit all diesen Leuten, wenn wir nur noch 15 Stunden arbeiten müssen. Und die Realität ist ja völlig andere, wir arbeiten so viel wie noch nie. Oder eigentlich, wir haben gar nicht wirklich profitiert von der Technologie, ausser eben, dass der Wohlstand immer höher ist worden, aber zum Preis, dass wir auch immer mehr Druck haben. Wir zeigen auch die ganzen Statistiken, dass mehr und mehr Leute ein Problem haben mit der Geschwindigkeit, mit dem Druck, entsprechende psychische Erkrankungen, Burnouts massiv zu nehmen. Ist jetzt noch spannend, was du angesprochen hast? Mehrere Punkte sind spannend, ich nehme jetzt einen daraus heraus. Wir schaffen so viel wie noch nie. Jetzt wollen ja Menschen tendenziell, ich sage da, es ist nicht, es sind natürlich nicht alle, aber vielleicht die Mehrheit oder ein paar davon zumindest, propagieren, weniger zu arbeiten, vier Tage in der Woche, etc. Im Gegenzug steht aber, wenn man immer weniger arbeitet und immer mehr Zeit für sich hat, was tendenziell eher bei der Jüngeren eine Anforderung an den Arbeitgeber ist, so Statistiken, wenn man ihnen glauben würde, und trotzdem im Gegensatz dazu die psychischen Erkrankungen massiv zugenommen hat, genau bei den Leuten, die tendenziell weniger arbeiten. Das ist eigentlich noch speziell, dass Menschen, jetzt Statistiken, zwei Statistiken, wenn man sie zusammennehmen würde, dass es heisst, weniger arbeiten bedeutet eigentlich mehr psychische Probleme oder eben doch nicht, ich weiss es nicht. Kannst du dazu etwas sagen? Also ich meine, es gibt natürlich jenische Statistiken und zu jeder Studie gibt es eine andere Studie, die gerade das Gegenteil sagt, ich glaube, das zeigt ja einfach ein bisschen, oder ist es ein bisschen das Merkmal unserer Welt, die Ambiguität, dass es nicht mehr eindeutige Antworten gibt. Aber ich glaube, viele Leute merken einfach, dass sie eigentlich den Pace vielleicht gar nicht mehr leisten und darum eigentlich weniger arbeiten möchten. Ich glaube nicht, dass jemand das Pensum reduziert und nachher ein psychisches Problem bekommt, weil er oder sie weniger arbeiten. Aber ich glaube, einfach so, das Verhältnis von uns zum Thema Arbeit verändert sich massiv. Wenn ich schaue, eben mein Vater, Generationen vor uns, für die ist das klar gewesen, der Pace ist im Zentrum und es geht darum, dass du einen sicheren Job hast, dass sukzessive Karriereleiter weiter hochkommst, dass mehr Lohn hast, dass sie alles wirklich wichtige Werte sehen. Und wenn heute mit vor allem jüngeren Leuten redest, aber du hast es vorhin selber angesagt, das ist nicht unbedingt das Generationenthema. Es ist ein gesellschaftliches Thema, dass man einfach sagt, wie wollen wir das wirklich? Und ich glaube, es ist nicht so, dass es jetzt sämtliche Mitarbeitende betrifft und niemand mehr will Karriere machen, niemand mehr will herzschaffen, niemand mehr will 100% schaffen, überhaupt nicht. Die gibt es auch weiterhin, aber es gibt einfach immer einen grösseren Teil, der sagt, hey, es gibt auch eine andere Form von Arbeit und das kann vielleicht als ein bisschen Waubewegungen sein. Du hast vielleicht mal eine Phase, in der du wirklich sehr hart willst und kannst arbeiten und dann sagst du, jetzt hätte ich vielleicht auch mal in dieser Phase einen Schritt zurück machen, mich um die Familie zu kümmern, vielleicht braucht es Platz für schüssige Verpflichtungen, Hobbys, Engagement im Leben und das ist das, was ich eigentlich spannend finde, wie sich das Ganze jetzt fängt davon flexibilisieren. Jahrzehntelang ist klar gewesen, 40, 42 Stunden pro Woche ist einfach die richtige Arbeitszeit und alles andere gibt es gar nicht und plötzlich merkt man, hey Mann, es gibt eigentlich viele andere Möglichkeiten, wie das Ganze nachher funktionieren. 60 Stunden pro Woche, oder? Nein. Ja, ja, eben auch das. Ist mir klar, dass, glaube ich, die Bezug Arbeitsstunden gleich einen gewissen Output muss man in der heutigen Technologiefase auch hinterfragen. Ich glaube, es ist möglich, gewisse Stunden zu reduzieren in einem gewissen Bereich, oder, wenn die Technologie ersetzt, also deine Arbeit, wo die Technologie ersetzt wird. Wer aber investiert Zeit in die Technologie, dort wird wahrscheinlich die Arbeitsleistung tendenziell eher erhöhen. Und jetzt ist so wahrscheinlich der Ausgleich, wird wahrscheinlich, weisst du es nicht, oder kannst du mir sagen, der Ausgleich, wenn wir jetzt wieder über die Arbeitszeit reden, wird wahrscheinlich bei der einen sinken, bei der anderen aber tendenziell steigen, weil irgendjemand muss es ja dann schon auch machen, oder nicht. Absolut, und das ist ja etwas, was interessanterweise auch der Richard David Brecht in diesem Vortrag dort alles sagt, mit immer ein bisschen das Gefühl, Technologisierung, Digitalisierung wird viele Jobs obsolet machen, gleichzeitig gibt es viele neue Jobs, also plus minus passt, das gleicht sich irgendwie aus, es sind noch immer mehr Jobs geben. Aber ich glaube, in der Vergangenheit mit der Industrialisierung, statt so zu sehen, wenn du vorher auf dem Feld irgendetwas gemacht hast, hast du relativ problemlos in einer Fabrik, in einer Maschine etwas machen können. Das ist nicht so schwierig gewesen. Aber wenn du heute den Job verlierst, als Lastwagenchauffeur, weil es autonom fahrende Lastwagen gibt, wirst du morgen nicht irgendwie KI programmieren, weil einfach die Fehligkeit, die Ausbildung etc. Also darum wird es wahrscheinlich tatsächlich so sein, dass wir einerseits einen gewissen Teil von Leuten werden haben, die arbeitslos sind, die auf dem Arbeitsmarkt den Anschluss verlieren. Gleichzeitig werden wir einen hohen Fachkräftenwangel haben in den Bereichen, in denen die Fähigkeiten gefragt sind. Und ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst in deinem Alltag mit deinen Kunden, deinen Coachings, wie sich die Leute auf die verändernde Anforderungen einstellen. Ja, also da ist es sehr, sehr ambivalent. Man kann ganz klar sagen, es gibt keine eigene, es gibt keine Meinung, also nur eine. Das gibt es nicht. Jeder hat so seine eigene Art und genau ich glaube, das macht für mich die neue Arbeitswelt aus, dass jeder kann selber für sich bestimmen, wie er es gerne hat. Ich glaube nicht, dass das Konstrukt, sagen wir mal, oder wenn man es plakatieren will, Viertagewoche ist für alle das richtig und das müssen wir jetzt, sondern für den einen ist das vielleicht okay und das geht auch in vier Tagen, aber wenn ich an Menschen denke, die ich persönlich kenne, die bewältigen die Arbeit kaum in fünf Tagen, wie willst du das in vier Tagen noch bewältigen? Das ist einfach unmöglich und dort geht es dann wiederum nicht. Sie haben dafür ein anderes Arbeitsmodell. Bei meinen Coachings, bei meinen Leuten handelt es sich meistens um Führungskräfte bis ganz hoch zu Verwaltungsräten und tendenziell ist es so, dass sie eher sagen, ich arbeite gerne sehr viel, darum bin ich da, wo ich bin, aber das Geld ist mir nicht mehr so wichtig. Ich gebe lieber von den Verantwortungen etwas ab, aber noch meine 40-50 Stunden und das ist für mich auch toll. Ich finde das toll, ich habe damit etwas zu tun, ich brauche nicht zwei Tage frei, zusätzlich zum Wochenende oder so, damit ich mich frei fühle. Ich kann meine Arbeit so handeln, wo, wenn und wie ich sie will, aber ich habe mein Pensum trotzdem abzuarbeiten. Die meisten in dieser Liga rechnen schon gar nicht mehr in Stunden, sondern einfach in Projekten. Und wenn das Projekt mal so lange dauert, dann dauert es so lange, und wenn es halt nicht so lange dauert, dann ist das halt dann so. Ich glaube, es ist auch da noch mal stufenabhängig, verantwortungsabhängig und kompetenzabhängig, was du kannst machen, natürlich auch branchenabhängig. Ja, spannend. Also ich meine, wir haben jetzt das Gespräch so ein bisschen angefangen mit Arbeitszeitreduktion und Teilzeit, weil es halt im Moment sehr intensiv diskutiert wird. Ich persönlich bin überhaupt nicht der Meinung, dass es jetzt der Heilig Graal ist und wir alle nur noch so vier Tage arbeiten pro Woche. Ich glaube, für gewisse Leute, für gewisse Branchen kann das eine Möglichkeit sein. Man sieht es auch gerade im Gesundheitswesen, wo wirklich die Arbeit sehr fordernd ist, auch emotional fordernd, wo die Altersheime und Spitäler sagen, wir wollen unseren Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben, ihre Batterien wieder aufzuladen, damit sie wieder motiviert zurück ins Pflegeheim ins Spital kommen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich selber bin ja auch Unternehmer, Investor, für mich ist das Thema New Work nicht einfach ein Ponyhof und hauptsächlich die Mitarbeiter sind super happy und alles ist rosenrot, Sondern mein Ziel, was ich immer probiere mitzugeben ist, was kann ich mir unseren Mitarbeitern für Rahmenbedingungen geben, für eine Plattform, damit sie motiviert sind, damit sie engagiert sind, aber natürlich immer mit dem Ziel, die bestmögliche Leistung zugunsten der Organisation zu erbringen. Und für jemanden kann das vielleicht dir da sein, für jemanden anders, die Person schafft 50, 60 Stunden problemlos, braucht aber völlige Flexibilität, wenn und wo dass sie schaffen kann, andere kann man gerne sehr regelmässig ins Büro haben, dort ihren fixen Platz, am liebsten mit dem Kaffeetassli auf dem Poet. Ich habe das Gefühl, das muss bei allen Platz haben. Firmen und Führungskräfte haben oftmals das Problem, dass sie versuchen, etwas zu regeln, und das muss zur Frage geben. Das ist das Verständnis für etwas, bin ich Chef, ich bin Angestellter, dass ich Sachen organisiere und regle, und dann stehen, so Sachen wie ein Homeoffice-Reglement, man darf nur zwei Tage pro Woche daheim sein, und um die Woche müssen alle zusammen im Büro sein, ob das jetzt im Einzelfall Sinn macht oder nicht. Ich glaube, darum wird das Thema, die ganze Art bezeichnet muss flexibler werden und individueller. Stellt natürlich aber auch das Unternehmen bzw. Performance und Effizienz eines Unternehmens auch massiv in eine Komplexität. Ich kenne jetzt auch aus persönlichen Kreisen eine Firma, die eine Workation zu lässt, du kannst also in die Ferien gehen und dort arbeiten. Jetzt ist das passiert in einem Team, wo zwei Ferien sind von fünf, aber ganz eine andere Zeitzone, zwölf Stunden verschoben und jetzt ist der Output zwar noch da, aber er verschiebt sich um zwei Tage. Das ist einfach alles viel langsamer. Bis du Antwort hast von den Leuten, wie der Antwort ist, das dauert einfach immer zwölf Stunden die Differenz dazwischen. Und jetzt ist die Frage, wie handelst du sowas? Ich glaube, die Komplexität von den flexiblen Möglichkeiten, die die Leute dürfen und können haben, wird extrem schwierig zu handeln oder nicht? Ja, es wird anspruchsvoller, definitiv. Aber ich sage manchmal, für etwas sind die Führungskräfte gut bezahlt und haben ihre Privilegien und jetzt müssen sie endlich mal führen. Vorher war es viel einfacher wenn deine Schöfchen vom Frühstück vom 8. bis 5. im gleichen Büro hast und immer über die Schulter schauen, wer jetzt was macht und privat unterwegs ist oder tatsächlich am Schaffen. Jetzt sind Führung anspruchsvoller, definitiv. Das ist keine Frage. andere, ich glaube, Teams müssen einfach einen Modus operandi finden, nochmals zurückgekommen, was ich vorhin gesagt habe. Für mich geht es überhaupt nicht darum, dass ein einzelner Mitarbeiter nur für sich optimieren und sagen, ich bin noch vier Wochen in einer Workation und ist mir auf deutsch gesagt, scheissegal, ob alles länger geht und ihr erst in der Nacht Feedback bekommen. nicht. Also nochmals wissen, immer noch im Dienst einer Organisation und ich glaube, da gibt es einfach die Möglichkeit, wenn ein Team sagen muss, ist das möglich, passt das, kann man darauf verzichten oder damit leben, dass es mal einen Tag länger geht, bis etwas kommt oder ist das kritisch, wenn man in einem Kunden Projekt vorwärts gehen und in so einem setting würde sagen, dann geht die Workation nicht oder sie gut, aber sie muss in der gleichen Zeitzone sein. Also nochmal, das Interesse der Organisation geht für mich immer noch vor. Das bringt uns aus aus Volkswirtschaft, aus Gesellschaft, nichts, wenn jeder und jede nur für sich optimiert. Auf der anderen Seite, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit der ganzen Beschleunigung, ist es wirklich so kritisch, wenn mal etwas länger geht. Wir sind so gewöhnt, dass alles immer instant muss sein. Noch nicht so lange her, da haben wir einen Kunden Offerten per Post geschickt, ging das mal zwei Tage, und dann ging es noch mal drei Tage, bis die Offerte unterschrieben zurück kam. Heute ist es innerhalb einer Stunde erledigt. Das ist eine Frage, die man sich fragen darf. Wird man wahrscheinlich aber nicht mehr ändern, weil es in der Gesellschaft so unglaublich fest gefestigt ist. Ich drei Wochen bis es geliefert wird, den bestelle ich nicht mehr, sondern dort, wo ich es innerhalb der 24 Stunden im Brief kasten habe. Ja, wir sind sehr viel schnelllebiger geworden, haben den Anspruch an maximale Flexibilität, und zwar nicht nur an Arbeitgeber, sondern auch an das Leben selber, auch an einen Dienst leist, wenn du eine Reise buchst, möchtest nicht erst in fünf Tagen das Angebot von einem Reisebüro zum Beispiel, sondern möchtest eigentlich jetzt, just in time, on demand, aber das geht nicht, immer noch nicht, ich glaube, wir müssen lernen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber lernen, dass die neuen Arbeitswelten auch irgendwo einen Preis haben, oder? Welle, lassen wir jetzt mal offen, aber ich könnte mir jetzt sagen, dass ich habe vorhin einen schönen Spruch im Kopf zusammen gereimt, das ist ja wieder typisch, es ist schon wieder rausgekommt, warte jetzt mal, es bringt, also ich das so erkläre, es bringt ja nichts, wenn man neue Arbeitsweisen, Methodiken, ich sage jetzt Arbeitswelten, wir nennen das mal Arbeitswelten, in ein Unternehmen integriert, aber Performance darunter leidet, also die neue Arbeitswelt sollte im Idealfall, stimme mir zu, oder konträr, die neue Arbeitswelt sollte, wenn möglich, für das Unternehmen plus Performance bedeuten, aber für den Mitarbeitenden gewisse Wohlfühl, oder wie sagt man das, Wohlfühl, nicht eine Wulche, aber eine Wohlfühle Atmosphäre schaffen, und für ihn sozusagen eine gute Work-Life Integration Balance geben, damit er sich eben wohlfühlt in dem Thema, aber darunter nicht Performance der Firma leidet, sondern eher gesteigert wird, und das ist doch eine extreme Challenge, das anzubekommen, oder? Absolut, das könnte ich genau so unterschreiben, wie du das gesagt hast, das ist das, was ich gemeint habe, dass wir als Führungskräfte, als Organisationen überlegen müssen, was für ein Setting kann man den Mitarbeitenden bieten, damit sie wohlfühlen, zufrieden sind, das finde ich ein bisschen schwammig oder ein bisschen roserot Begriff, aber dass sie einfach motiviert und engagiert sind, um die bestmögliche Leistung zu erbringen und darum sage ich, wenn für einen Mitarbeiter das ist, dass er vier Tage pro Woche zu Hause arbeiten kann und das Team nicht irgendwie negativ beeinflusst, warum sollte ich den Mitarbeiter zwingen, dass er nur zwei Tage zu Hause sein darf? Und für mich jetzt aber auch viel mit kulturellen Sachen zu tun, dass wir einfach unsere Leitthemen haben, intelligente, motivierende Mitarbeiter. Ich bin wirklich überzeugt, dass jeder Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin von Grund aus eigentlich motiviert ist. Ich glaube, wir schaffen es einfach als Führungskräfte aus Organisationen, die Motivation kaputt zu machen, indem wir unnötige, mühsame Prozesse haben, indem wir den Leuten keine Wertschätzung gegenüberbringen, indem wir keine Verantwortung übertragen. Und darum ist für mich New Workout sehr stark, ein kulturelles Thema. Wie schaffen wir überhaupt zusammen? Nicht so, ich bin jetzt einfach der Chef und gebe Anweisungen und jeder und jede muss es genauso machen, wie ich das sage, sondern eben so ein bisschen das Thema Servant Leader. Ich tue eigentlich meinem Team die Plattform bieten, vielleicht die Leitplanken setzen, aber die Steine aus dem Weg lege, damit sie performen kann. Die sind gut ausgebildet, die sind motiviert und wenn ich ihnen die Möglichkeiten gebe, das Vertrauen entgegenbringe, die Wertschätzung entgegenbringe, dann leisten die eben auch vielleicht mehr, als wenn ich sie in einem Old Work Korset einzwingen. Du hast jetzt gerade gesagt, die leistet vielleicht mehr, weil safe ist das ja nicht, oder? Nein, aber wir können es vielleicht auch ausprobieren. Ja, natürlich. Nur, dass wir das ganz klar sagen, es ist nicht, du machst es und dann haben wir ganz genau den Output. Ich glaube, es ist wie überall das Try-and-Error-Prinzip, du musst es mal probieren, damit du siehst, ob es funktioniert oder eben nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann kannst du es ja auch wieder abschaffen oder rauskicken aus dem Programm. Das ist ja nicht der Punkt, aber ich glaube, probieren sollte man es auf jeden Fall. Ich glaube aber auch und stimme mir da vielleicht zu oder eben nicht, die grösste, die grösste Challenge und das hat so die Vera Birkenbiel oder hat das einmal so ähnlich gesagt, ich glaube, die grösste Hürde ist die kommunikative Hürde zum Mitmenschen. Und da schließe ich gerade noch mit ein, die grösste Hürde, nach meiner Meinung, etwas zu verändern, sind nicht Prozesse, sind nicht Brands, sind nicht Arbeitswelten, sondern das Mindset von der Einzelperson oder von der Gruppe in eine gewisse Richtung, dass man sagt, hey, jawohl, das machen wir, das finden wir mega cool und dafür schaffen wir, dass das möglich wird. Ich glaube, das ist die grösste Challenge, Menschen zu verändern, dahingehend, dass die neue Arbeitswelte so schnell wie möglich und funktionsfähig integriert werden kann. Absolut. Und eben, ob das schlussendlich nachher in einem Viertagssetting, ob das in einem fully remote Setting, ob das in einem holokratischen Setting ist, ist völlig, also nicht irrelevant, aber völlig sekundär. Also bin ich komplett bei dir. Jetzt so als Abschlussfrage, die neue Arbeitswelte hat ja nicht nur immer etwas mit Arbeitsweisen zu tun, etwas mit Methodiken und tollen Benefiken, was weiß ich, was es alles gibt. Es hat ja vielleicht auch mit der Atmosphäre im Geschäft selbst zu tun. Wie kommt die Firma daher? Wie gestaltet sich die? Wie kommuniziert sie das gegen aussen? Oder ist das nicht Teil der neuen Arbeitswelt? Mal, absolut. Und ich glaube, das ist ja im Moment eine sehr spannende Diskussion, wo ja viele Firmen und Führungskräfte sich überlegen, wie holen die Mitarbeiter zurück ins Büro? Ich finde, es ist ja nur wegen Mindset ausgedruckt ein bisschen witzig. Ich meine, Bauern hat eigentlich nicht so, aber ich gehe zurück ins Stall, aber aus Firma holst du nicht Mitarbeiter zurück ins Büro. Du musst einfach überlegen, warum die Mitarbeiter ins Büro kommen, was ist der Mehrwert der Anreiz für sie? Und ich glaube, dort ist einerseits eine gute Infrastruktur natürlich, das ist dort, wo ich halt einen grossen Budget habe, vielleicht habe ich die bessere Kaffeemaschine als zu Hause, der höhenverstellbar Tisch, etc. Also ich glaube, die Firma müssen wirklich in Infrastruktur investieren, aber auch in, um sich überlegen, warum gehen wir ins Büro? Weil ich quasi einfach einen Tag am Pult sitzen, Kopfhörer anhaben und E-Mails beantworten, das kann ich gerade so gut zu Hause. Um sich überlegen, okay, heute Mittwoch, gehen wir ins Büro und dann schaffen wir auch wirklich zusammen an Themen mehr, Workshops mehr, Austausch, also das Büro als Tool, als Instrument wirklich nutzen und nicht einfach als Default, wo jetzt halt am Ende Morgen ist, ich komme ja halt ins Büro. Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, es ist auch falsch, die Firmen, die sich überlegen, dass sie quasi Büroflächen reduzieren, weil nicht mehr alle Mitarbeiter im Büro sind. Ich glaube, tendenziell braucht es sogar mehr Fläche, weil du brauchst halt so Activity-based Rooms oder wo je nachdem musst du Zonen haben, Arbeitsplätze, wo du konzentriert arbeiten kannst, du brauchst Zonen für Rückzug, vielleicht auch Ruhemöglichkeit, du brauchst eben auch viel Fläche für Kollaborationen, für Austausch, wo Leute zusammenkommen können. Okay. Also liebe Firmen und Mitarbeitende da aussen, die müssen auf jeden Fall alle zusammen flexibler werden, ja, ihr müsst auch ihr Mindset anpassen, das muss von beiden Seiten kommen. Ja, es ist aktuell kleines Wunschkonzert von der Arbeitnehmerseite her, aber auch das kann sich extrem schnell wieder ändern auf der wirtschaftlichen Ebene. Da ergehend, man soll dort nicht auf die Arroganz hineingehen, sondern man soll auch verstehen, was die Arbeitgeber für Themen muss bewältigen, um den Arbeitnehmer zu beglücken. Da ergehend, danke mir, Patrick, dass du da warst, mega spannend, und wenn Fragen haben, bitte Kommentar und sonst abonnieren, liken und die Glocke aktivieren. Und jetzt bin ich fertig, wünsche euch einen ganz schönen Tag. Danke, machen Sie gut, tschau zusammen.